heilig und zusammen mit lennart tarkan luka und stein dann geht in mitte ich gehe trotzdem mit der ersten runde gehe ich eh noch nicht mit der macht auch keinen sinn weil ich dann nicht gut das war der noch einer stein also das jetzt war wirklich das war gerade so schlimm meine anhatte sich fast verkrampft ich habe hier richtig ins Morsepad gedrückt so Jürgen hat sich auseinandergenommen warum auseinandergenommen what the fuck wie viele kittest du mit deiner Scout ach du hast gar keinen Miss-Dead Trick what the fuck was das denn jetzt für ein Argument alter what the hell ich habe eigentlich voll wenig Kitt in meiner gutes Argument steigen gutes Argument ja 507 das ist noch bei dir nicht eigentlich hier dafür dass du 400 Spielstunden oder so mehr hast A B B ja 3 Stück ich komm von hinten ja geil auf jeden Fall cool dass niemand B geil Screenshot einer hat noch Half-Life einer hat noch Half-Life einer hat noch mal Half-Life weiter Half-Life ich seh den nicht der hat 43 HP du machst als Easy schade Alter das hat er im einen Zug gemacht nicht schlecht hätte ich nicht gepackt Boah keine von Skyrat Mitte gehen zumindest keine von unserer Scout richtig ich hab mir Degel ja mach du mal Degel Julian soll ich wieder Degel machen ich hab auf der Degel mehr Kürze als mit der Scout zu brauchen kannst du 400 ok ganz genau 400 sogar nein du brauchst Kevlautrüstung was? Kevlautrüstung ist wichtig doll das war lucky ja warte einer einer Mitte noch über diesen Seitengang aber ich hab eingehittet der Strapper A wir können rechts kommen ok doch nicht wir sind da rechts raus und dann sind da rechts bei mir zwei vom Boxer zwei vom Fest rechts wieder beide down beide down und die AK ah ein durch der liegt noch auf dem P der steht rechts scheiße das sind zwei das sind zwei die guckten beide auf den Gang guckten beide glaub ich auf den Gang da da muss ich jetzt weg machen mit der Degel da nice und noch einer im Gang müsste sein bin mir nicht sicher nicht schon auf uns erzählt der musst du doch der ist im Gang also defuse 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 da kann geh hin defuse jetzt beschäftig dich mit Luca nein er kommt daraus nice na alter Taka nice won du musst durchziehen du musst durchziehen es kann sein das es nicht mehr schafft Luca renn weg ich weiß nicht ob er es schafft nein so knapp weniger als eine halbe sekunde keine ahnung ich bin mir scout leisten soll ich in die runde gehen stein eine runde kannst du sparen auf awp nächste runde okay darf ich warte kurz ich höre dich gerade nicht machen wir du spart auf awp ich gehe jetzt eine runde mit dann geh du eine runde A nur wenn ich heiß Kevlar weg mich am Arsch wieso bist du nicht so lange gegangen naja einer steht vorm unten Gang B pass auf die steht damit ich hab aber er guckt jetzt die ganze Zeit drauf hat hit ja er hat sein Meldrum überlegt einer war T spawn könnte jetzt mitkommen auf die Person hier haben links könnte er kommen scheiße ja war kacke Mitte einer muss ich schon weg hatten wenn ihr eure wach links ist ein Wachens benötigt übrigens als Info für euch lehrt ist natürlich anfangen gespielt hat glaube ich noch kein einziges menschlecht gespielt oder eins oder so also ne nicht flamen ist klar wenn es nicht so gut ist ja ja bis denn gerade hat er den gemachten da oben aufgemacht kannst du aber viel kaufen stein ach verdammt immer noch nicht ne ne dann kauf dir eben ein scout ich mach die scouts ja ok wir machen kannst du mal scout machen ist ok dann gehen die er der Saarbrüche heute kommt raus ankommen lässt mit seinen Prozent Prozent zu spielen danach nichts macht geht jetzt in den nächsten Monat auf das wäre es mehr schluss ab sofort jeder der mit nachdenken war für umläuft und eine Fürstsache hat und die nachladen könnte den kill ich wenn er danach kann er damit kein kitzender er hat du auch um zu kürzend spiel ich schlussend er und eine harter dabei haben kann ich nachladen könnte ich doch komplett vertreten nein bleibt aber ich habe aber noch einer sagt auf jeden Fall und mit seiner ab das ja ein A Connector A Connector er gibt mir den Städtchen unten steht er mit Sg du kannst versuchten nein es ist weiter das könnte noch B werden es wird wahrscheinlich B noch da oben in den Wind in der Augen hier nichts trifft der Typ also nicht der hat sondern der Gegner also nicht der so es ist ja auch nicht mehr den Führst du hast doch 14 AP da kannst du eigentlich drauf gehen versuch einfach noch Leute wegzuholen wenn die Leute wegholen haben die keine Waffen mehr ja ohne die Arbeit ist das wichtigste wenn die kriegst haben wir eine gute Waffe schade ist egal wieso ist ich hab auch genug um euch eine Arme zu kaufen echt wie viel hast du stimmt leg mal steine Arme steiger zu mir dafür ne Pinot schwarzen vielleicht Rohinga schmeißen mit GGG mit G mit G geil Graf Steine hättest du nicht weh, dass du ein Pinot schlägen kannst du, wenn ich dir sage Die waren schon da. Okay, ist P90 nicht billiger als Pharmaus? Nein, nein. Pharmaus ist 2. Ja. 1, B wieder. C4. B lang. Pharmaus ist 2, 2. Mit der Pharmaus kann ich nichts! Scheiße! Half-Life A wieder einer. Nein, die kostet 2, 3, 5. Ja, 2, 3, 5, positive 90. Nein, ich schreib's nicht, was ich mitdenke. Ich könnt euch decken, was ich mitdenke für den Typen. Kalt. B ist die Bombe gesehen von G, aber B. Versuch doch irgendwelche Leute zu holen. Ja, das ist aber auch nur um P. Ja, trotzdem. Ich kann halt noch Leute rausholen. Also ich denke, wenn ihr zum Beispiel noch irgendeine gute Waffe rausholt, ist das wichtiger. Du weißt, dass wir nichts ohne eine Ecke haben. Trotzdem, ja eben. Aber auch deswegen ist eine Waffe rausholen ja trotzdem wichtig. Weil die weniger Geld haben. Stimme können alle kaufen. Stimme können alle kaufen. So, erste Stein. Kannst du mitgehen? Ja, ne? Ja, ne, ne. Ist alles gut. Dann wird jetzt erst einmal M4 gespielt, ey. Hab ich bisher noch gar nicht. Jetzt hab ich mir ne Kühlergranate gekauft. Scheiße. Jetzt rush ich mal durch. Kann doch nicht sein, dass da niemand kommt jede Runde. Taka, komm mal kurz hierher. Oh, ich hab mir noch eine hohe Explosivgranate gekauft. Witzig verarschen. Ich dachte, ich hätte Smoke gekauft. Scheiße. Danke. Wer die Mitte ist? Einer ist da. Eine A bis A. Scheiße. Da ist der Awe der des Half-Life. Die schaut auf dich. Nein. Ach, schade. 2 sind oben. Also eine A bis A. Eine A war aller. Von B.A. Von B.A gewesen. Pass auf, Schlukejork 2, 30. Anna ist noch mithin. Ich hab nicht gesehen, Scheiße. Mann try. Ich treffe ihn, Bastard. Der ist kein. Scheiß drauf. B? Auf A, AK. Auf B. Blendenbild. Blendenbild, Blendenbild. Blendenbild. Blendenbild nicht. Der hell. Villers eineinschleisterung. Ihr könnt vielleicht defusing eine, eine AWP bar A. Versuch zumindest. Das war die AWP, die ist Half-Life, die müsste Half-Life sein, die AWP. Ja, der letzte müsste Half-Life sein, glaube ich sein. Ah ne, es sind noch zwei, Entschuldigung, einer von den beiden ist Half-Life. Hinten in der Ecke. Noch ein Problem. Was überlebst du nicht mehr? 53 und 16. Dann soll ich noch mal in die Mitte gehen oder möchtest du noch mal in die Mitte gehen? Dann mach du bitte. Wo warst du? Ah. Ich geh jetzt auf. Ist egal eigentlich wo ich war. Okay, dann geht er mir. Kannst mich hier kurz hoch, Porsche? Viel Spaß, das sind zwei, die gucken nicht so fast an. Zwei Mitte? Scheiße. Scheiße. Loll! Einer hat noch mit 14 AP. Mitte 14 AP einer. A war hat 14 AP. Kann nur einer drin. Auf B. First shot Prefight mit AK. Ich bin echt getroffen? Oder du fragt? Passt sogar ein Headshot, glaube ich. Ja, der ist tot. AWP, 14 AP. Komm mal ne Flash auf B. A ist nix los. B, zwei Bombe B. Ja, kommt B. B gehen, B gehen. B. Man, Leute, könnt ihr wenigstens auf B bleiben, wenn ihr B geht. Da tusch mich hoch. Ich hab Mitte abgeschaut. Eine nach 14 AP mit der Aabe. Oh, warte. Da, der war das, der war aber. Wie dann? Ja. War im Kerstsitz. Oh, der ist noch mal im Eck. Der ist einfach durchgelaufen. Was hab ich gemacht? Wir haben an deiner Stelle durchgelaufen. Nein, ich war doch tot. Ich bin der Erste, der gestorben war. Ach so. Na, das wäre auch immer da oben. Ich glaube. Ich weiß nicht mehr, weißt du. Ich war tot. Wie sieht der aus, Stein? Mitte oder nicht in Mitte? Okay, dann gehe ich in Mitte. Nein, nein. Geh aus. Also. Schon wieder 2 Mitte. Das war halt keiner Hit. In welche Richtung gehen die hier her? Keine Ahnung. Die sind hier stehen geblieben bis ich tot war Also, nachdem ich tot war Da kommt einer A Eine A, lang Unten einer Eine AWP, A Da kommt zwei, zwei, zwei Ja, A sind fast alle sein Übrigens, Lennart, die Waffe ist, äh, also Die APs sind, äh, besser auf Short-Dissens als auf Lang-Dissens Ja, ich weiß Okay, wollte ich sagen Ja, schau, dann ist eins auf Gang Neben dir Du hast ja noch gekriegt Ja, der hat einmal daneben geschossen sogar Ja, der andere hat mich getroffen, der von hinter mir Ja, ich weiß, der hat dich aber einmal verfehlt Stein, sag einmal Bescheid, wenn man in der Mitte gehen wird Okay, weil ich da schon drauf geschossen hatte Bis dahin konnte ich mich nicht mehr umdrehen Lass mich dann gleich noch mal hochpusten bei B Ja, kann man machen Das hat mich jetzt uns angeholt Volles Das! Boah, ja, okay Ich krieg grad voll auf die Fresse mit mir Boah Die sind echt gut, Michael Dauer drin, Tanne Nice, Stein Nice, oh, nice, Stein Immer noch Tanne, eine Den Schuss gebrauchen Warte, ich versuche von hinten zu kommen Eine Awe liegt übrigens A kurz Bis sowas Connector Zwei Awe sind down Eine A Connector und eine bei Stein Noch einer ist bei, äh, äh Letzter ist T-Spawn zu A Entweder, ist er jetzt Mitte gegangen oder Nein, okay, ist A unten Nice Wie viele Awe die Awe Gehst du da Mitte oder willst du mir die geben? Nee, mach du, mach du Dann gibt sie mir die Aber mit Awe geht vielleicht rein Äh, mit Scout war ich grad echt scheiße Äh, äh Lass mich dann auch mal hoch Was, Stein? Nenn ich mal an einem Lücken Hat mich zugehört Ob du mich dann nochmal hochpushen kannst Das hat ganz gut funktioniert Die Shills haben die mich geflasht LOL Alter, das war mega lucky Ich hab keinen von den beiden gesehen, als ich die getötet hab Alter, Vater Was denn? Lol Ich kam von deinem Links, oder? Nice Einer davon in Tannis drin mit Bomben Ja, das sind ja schon Ak Kann das, Ak Ich halte weiter Mitte Ist der Scheiße Ist der Scheiße Boah, Mitte Awe geht doch ein Ja, ja Pass auf, der stand hier Und ich spring dort Wo ist die Bombe? Der trifft mich nicht Der ist da gewesen gerade Ich nehme den von hinten Okay, mach das, Lär Boah, nice Mit Awe geht rein Lol Stein ist gerade erster Hätte ich gerade nicht erwartet, weil nachdem Steinmitte eben nicht so geil war Ich bin nicht da kackt Ja Aber Mitte Awe geht Mit Awe geht Es gibt ja mal einen Fall in Waffen Die wissen nicht, wo ich herkomme Das war gerade so Lacktreffer ohne Spaß Ich hab beide durch die Wall getroffen Ich hab beide durch die Wall getötet Ohne einen von den beiden nur gesehen zu haben Deswegen heißt es auch durch die Wall Ja Ne, aber ich wusste nicht mal, dass die zwingend da sind Also ich wusste schon, dass sie in der Nähe sind Aber ich hab da Ah, hey, krass Die Bombe ist dort beim Moped down Ach, noch einer Moped Scheiß Final Clear Moped heißt dabei Richtung A kurz oder was? Ja Das war's kurz, okay Das ist das A-Connector Ach komm Ich hab einen angehittet, das war Nein Ich hab einen angehittet, das war Nein, hab ich nicht No hit Also A ist komplett abgedeckt B Ja, A Läuft locker mit Ja Ja, von Nicht gucken, nicht peeken, da rechts, hinten Ganz rechts hinten, da oben Nice, Luca Oh, okay Was, da kann man boosten? Die sind zwei mit dem B-Connector Die haben sich geboostet What the fuck Wie viel Geld hat Lard? Ah, okay, Lard Lard kann sich leisten, drauf zu gehen Das geht Wobei es jetzt Oh, shit Als wäre so nice gewesen, hätte ich verkackt für mehr Zeit Wir haben noch Kroketten Ich hab gleich eine Pizza Nice, Lard Eine Org Bitte da, rechts Rechts, direkt, rechts Schade Aber ist okay War nice Ich kauf mir selbst eine Orbe in Mitte Ich nehm, ja So Kann ich komplett behaufen Wir haben, okay, wir haben noch ein paar Runden Du wirst aber gerne wissen, was der eine ist Weil der eine Carat wünscht Mit einer da an Noch einer mit der Bombe down, bombe down, bombe down, bombe down, bombe down, bombe down, mitte Zack, B durch Ja, trotzdem bombe down, mitte Nein, dann mach ich aber trotzdem, dass ein Stein dann kommen kann Letzter mitte Hat aber nicht die Bombe War zu kompetent Nice Nimm die Oh, ne Ich war doch schon auf Krieg, als ich so gesagt Das ist okay Hat er in die falsche Richtung geschaut So No, wir haben die erste Runde bekommen, Wolf Also, von der AF-Zeit Übrigens letzte Runde Nein, vorletzte Runde, so, ist falsch, vorletzte Das mein ich doch, mein ich doch Fuck Hat einer von uns geflasht? Da war einer beim Moppet Smoker war Fuck, das war ich Aber keines Flasht Eine unten drin auf jeden Fall Russia Was? Bombe bei uns Nee, es kommt die ganze Zeit Mitte Bombe bei B Kommt die Ja, aber einer, aber ich hole, ich halte Mitte, ich halte Mitte, ich halte Mitte Ja, einer war, einer müsste noch beim Moppet gewesen sein Ja, da ist einer down Mop ist einer down War da wirklich einer, oder? Da war einer, ja Nein, ich meine Ja, da war einer Ja Äh, wer auch immer grad rauskommen ist, hinter dem Oh! Ist down, ist down, ist down Linke Seite Ist ganz im Eck drin schon Kommt jetzt langsam vor Oh fuck Wo? Minus 27 Jetzt unten, Taka macht er einfach, der kommt Der geht zurück Der geht zurück, der geht zurück Der geht zurück, der geht zurück Da ist doch vor den Rest einfach Wo ist die Bombe? Bombe ist da, down, direkt bei Taka Nice Nice Huh! Ne, der Aave geht rein Auf Santorini geht Aave rein Das ist halt echt so Santorini Aave main Ja Ja Ja, main Machst du ab? Loll, bist du Aave? Oh, nein doch Ich bin ja zwei Spielen, dann kann ich unten wie nichts Aave spielen Ich habe einen guten Pick wie du Das spiel ich die ganze Zeit schon da unten piek Das ist super mit Aave Kannst du super gut mit Aave spielen den Pick dann Ja, ja, das stimmt Also B unten Tanit ist Oh, kommt schon wieder Einer ist unten schon Einer bei Mopped Aave Ja, Mann Scheiß P90 Wascher, ey Länger, pass auf, unten noch einer Mit P90 Ich geh, ich verlasse B Die rüber, weil die, die pushen drüben die, die irren Scheiße Ich war das in der Mitte auch Da könnt schon einer noch gleich durch Scheiße, der ist links, ich dachte, das war Lennart Nein Oh, fuck Also der ist schon tot Scheiße Die beide schon gestorben sind Oh, fuck Einer, minus 90, war Mitte mit Aave Also der war bei Mopped Alter, das ist die letzte Runde Scheiße Ich bin jetzt drauf geachtet Diffuse einfach Genau jetzt Einfach rein, rennen in Diffuse Oh, scheiße Ja, wo steht der jetzt wieder der Sinterneger da? Boah, da hörst du die P90 direkt neben dir Und dann ist die nicht da Egal, war gar nicht so schlecht 15, das geht eigentlich Wenn wir jetzt gut auf T sind, geht das Ja, Pippi, okay, gut Lustig, okay, Alter Ich geh nachher wieder in Mitte, falls Nachher wieder Ja Lass B rushen oder A rushen, was, Tumma? Oder Mitte? Oh, yo, ich hatte die Bombe B B, okay, dann gehen wir B unten Geh doch in diesen Scheißbaden Beziehungsweise, ich geh B Mitte Also Mitte B Ich auch Wir machen zu zweites Ich weiß, dass der Backhold, der da nicht steht Keiner steht da Oh, da steht da, da steht da, da steht da, da steht da Die nutzen es Da sind drei Sorry, Alter Wett Rechts ist da Genau Ah, fuck, zwei noch an den Spot Hinter dir Egal Rennen wir einmal mit dem einen Pfeiler rum Ja, ja, schön, Lennart Nein Ich wurde gemessen Ja, aber immerhin den auch erholt Ah, 1500 Ah, scheiße Jetzt hab ich hier ne Köderade gekauft Scheiße Ich kauf gerade immer die falschen Nades Wieso kaufst du dir eigentlich ne neue Block? Oder siehst ne neue oder so Wer ich? Ja Ich hab gar keine Achso, stimmt, ich hab diese komische Death Rattle, ne Die hab ich gar nicht, ich weiß gar nicht, woher ich die hab Die ist so, ich sei Die sind auch richtig scheiße Ich hab die nur ausgerüstet, weil ich keine andere ist, genau Der hast du gedacht Der hat schon mit einem B-Connector Einer, minus 82 bei mir War schon von A hinten Hab einmal Äh, jetzt hört's Mitte ist einer Shit, Mitte ist einer Äh, B-A-Connector Pass auf, der könnte oben rechts kommen Da ist noch einer losgeresen B-A-Connector Bitte Ey, 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 ey Äh, A Ecke steht einer A, A lang Ecke Da genau gleich klickst du die Ecke Direkt klickst du die Ecke Okay, doch keiner mehr Aber jetzt direkt von rechts Nimm die Bombe und Ja, okay, du hast die Bombe Zurück oder was? Nene, der Mait ist Europa Nene, das sind nur noch zwei von denen Nee, drei Oben Schau schon, ich hole die Hex aus, ach schade. Hey, 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 hey. Scheiße. Ja. 2.000 Geld. Okay, Full Eko, oder? Dann nicht Full Eko. Ich mach Full Eko. Ja, ich mach jetzt Full Eko. Ja, ich mach jetzt Full Eko. A-Rash oder B-Rash? Okay, ich gehe A-Rash. Ich rusche A. Wir machen jetzt weg. Easy peasy, lemon squeezy. Ich komm einfach mit. Ich hab keinen Bock mehr, jetzt spiel ich richtig. Du hast den noch gekillt. Einer oben, Kaffee. Nein, es war Mitte. Weiter Mitte down. Doppel-Hatchet, Alter. Scout geht rein heute. Ah, einer bei... Einer gitternd noch nicht. Shit! In der Ecke da oben hat jemand 30 AP. Der hat da oben, der hat 30 AP. Versuch mal durch das Holz zu bänken. Versuch mal da einfach durchzuschicken. Oh, ohne Tareller zu schießen. Nicht durch den. Nicht durch den. Da rechts Taka kommt der wahrscheinlich mit 30 AP. Einer hat noch 30 AP. Alles klar. Wir haben uns mal angehittet. Hinter dir. Das war zu spät, oder? Ja, ich war mir nicht ganz sicher. Du hast einfach was von verdächtigt. Nein, nein, ich hatte die Sounds wirklich erst dann gehört, als du gestorben bist. Hat er gar nicht. Hat er gar nicht. Doch, wirklich. Aber es hinter dir hab ich halt. Ja, ich hab mal die ganze Zeit geschossen. Ich kann nicht alles nur. Jetzt gebe ich schon zwei Headshots. Dann nicht. Ich hab den Sound wirklich erst dann gehört, als du tot warst. Das war halt zwei Headshots. Wie war... Ich war doch schon lange tot. Weiß Scout Headshots, Alter. Easy. Am Anfang direkt. Hinz und die geben, beiden. Die wollen nicht mehr gucken. Ich glaub, die haben Schiss. Scheiße. 30 AP, Mitte, oben. 2 B, oben. 2 sind B, oben, Mitte. 130 AP davon. Geht A sofort drauf. Go, go, go. Drauf waschen. In der 2 oben sind es. Ja, da müssten 3 B dann insgesamt gewesen sein. Zum Boosten. Ja. Was für ne Waffe hattest du Jürgen? Ich hätt Naka, ich hätt Naka, ich hätt Naka, ich hätt Naka. Ja, Alter, Mann. Ich hab wahrscheinlich schon genommen. Schaden 100. Ja. Nein, ich wurde nicht genommen. Ja, immer noch 2 B. Mindestens. Ja, einer. Einer Downer, okay. Der andere müsste halt entweder mit ihm sein. Mindestens noch 2 B grad eben. Ah fuck, wir sind ja Terroristen. Ja. Richtig. Das haben wir auch früher immer vollgewechselt. Das war verrückt. Alter. Schade. So, und jetzt. Jetzt müssen wir rein. Jetzt müssen wir. Richtig. Das haben noch 3 gelegt. 2 war noch. 2 war noch B. 1 war noch. P90 B Rush. P90 B Rush. P90. Ich mach P90 B Rush. Ich mach P90 B Rush. Spawn. Bitte irgendwer in der Mitte geht die Bomben holen. Ja, schulde. Okay. Das ist keiner grad mitten. Scheiße. Einer war bei dir. Einer Tunnelskript hat mich direkt geholt. Taka, da steht rechts gleich einer. Wow. Wow. Blended einfach fucking A bitte. Danke. Ah, geh du A. Wann wir schon noch vom Weg zu A? Mitte oben. Mitte unten auch noch? Mitte unten auch noch? Planted wach. I planted. I planted. I planted. I planted. Werde mir die Treppe hoch geht direkt hier in der Box. Theoretisch. Die rennt einer gerade. Ja. Die kommt zur T-Span. Nice. Eine oben in dem Window in dem, äh, diesem, ne? Window halt. Ah nein, einer hat defused schon. Da. Schade. Warte. Wo war der jetzt? Der war hinten, neben der Treppe. Da wurde er gestorben. Ist hinten rechts ganze in der Ecke. Äh. Da hör mal. So. Das hab ich nicht mal gesehen, aber gut. Alles da? Was dann ich wieder, wieder nicht sehen konnte und nicht verschieben konnte. Ich suche ja nochmal AWP gespielt. Ja, nein. Kommt jetzt Nuke Waffe 5000. SG553. Ah, alles klar. Da kommt schon die Hilfe. Oh ja. Häuf mich ab. Da kommt schon deine Hilfe. Herr Bockmeer. Mitte. Ich komm zu deinem Hilfe. Hilfe. Der soll man nicht verschieben. Kannst du erst hören? Ja. Ah. Ah. Nein. Der hat durch die Box geschossen. Der war im rechten Teil des Fensters. Der war nicht im linken Teil. Ich treffe ein Stück Steil. Nee, der war auch mal. Ja. Nein. Der war 100 Pro im rechten Teil. Ich bin nach rechts umgefunden. Das kann nicht sein. Hallo. Über dir. Ich war schon weg, Mann. Ah. Ja. Der war nicht. Der war nicht auf Folge. Treppen. Und die. Fuse. war auf tsc die zeit in der Zeit eine ganz gute Runde von mir aber sonst nein ja der feier nach Sender und tschüss wir wollen noch die Ränge sehen wollen noch die Ränge sehen Show of the Rings ja nur alle verloren joo und